Stuggi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Türkisch, Griechisch und Italienisch als Schulfach? Das fordert Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Mutarem Aras. Die klassischen Migranten sollen die Möglichkeit bekommen, in ihrer Muttersprache unterrichtet zu werden. Ist es wichtig, die Mehrsprachigkeit zu fördern oder eher hinderlich für eine gelungene Integration? Prinzipiell finde ich eigentlich ganz gut, dass auch andere Sprachen hier angeboten werden, vor allem weil wir ja auch einen großen Ausländeranteil in Deutschland haben. Was aber auch nicht vernachlässigt werden soll, denke ich, dass man darauf achtet, dass auch ausländische Kinder die deutsche Sprache lernen, weil sie ohne die deutsche Sprache hier schon öfters auch schwieriger haben werden. Also ich finde es gut, es ist ja auch die Regel, dass es so eingeführt ist schon. Vor circa zehn Jahren war ich selber in der griechischen Schule, da hat man quasi nachmittags immer Unterricht gehabt. Ich persönlich finde es sehr schlecht, ich bin Studentin und ich finde zur Integration ist das jetzt nicht gerade beitragend, wenn man dann auch noch die Sprache von den Eingewanderten hier beibringt. Die sollten lieber Deutsch lernen, finde ich, um sich besser zu integrieren. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich meine Muttersprache sehr gut sprechen kann, weil wenn ich meine Muttersprache nicht sprechen kann, dann kann ich auch keine anderen Sprachen, denke ich, so gut sprechen wie meine Muttersprache. Als Vorteil würde ich sagen, dass sie einfach ihre Sprache, die sie vielleicht teilweise sowieso schon mit in die Wiege gelegt bekommen, dass sie die noch weiter verbessern können und dass sie, ja, es hilft ihnen vielleicht einfach, sich mit beiden Kulturen zu identifizieren, was nie schlecht ist und man sollte einfach das Beste aus beiden Kulturen einfach mitnehmen. Ich hätte mir damals gewünscht, dass ich es gehabt hätte, dann hätte ich mir das nicht nochmal selber beibringen müssen, weil ich schon die Hälfte fast vergessen habe. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, weil das auf jeden Fall hilft bei der Jobsuche und das bei vielen Familien verloren geht, weil hier in Deutschland immer weniger andere Sprachen geredet wird von Leuten, die aus anderen Ländern kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.